Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play World of Warships. Schön, dass ihr wieder hergefunden habt. Wir wollen die 12 Kilometer Torps und müssen noch ein paar Punkte haben, noch Erfahrungspunkte. Da fährt mir jetzt eine Minotauro davor. Sehr gut, dann drehen wir mal ein bisschen nach rechts. Das sind die besten. Erst eine Minute lang nichts machen und dann noch... Einfach geradeaus, genau. Jetzt dreht er ein, jetzt fahren wir der Buffalo hinterher. Und der Terapizze. So, der nächste, der an uns dran ist. Der ist genau 90 Grad neben uns irgendwo. Der müsste ungefähr hier sein. Der ist so ein fetter Berg dazwischen. Der B wird erobert, weil kommigerweise unsere Schimakasis... Der C ist auch was drin. Und den A. Sehr gut. Da hinten ist ein Rohn, aber komme ich noch nicht dran. Jupp. Glück. Aber jetzt gleich. Dann könnten wir die doch das erste Mal anzünden, oder? Hingeschossen habe ich mal. Oh, da kommt was Größeres. Gegnerischen Kreuzer entdeckt. Gegnerische Schaufe gesinkelt. So, das erste Mal der Schieß. Oh, meine Torks sind ja fertig. Ja, Mato brennt zweimal. Super. Rohn getroffen. Zwei Treffer. Ein Ausfall. Null Punkte. Zwei Faultreffer. Ein Ausfall. Null Punkte. Und das Giering. Weil ich in die falsche Richtung gedreht habe. Oder? Boah, da hätte nichts mehr dazwischen gepasst. Giering verpieselt sich. Das ist noch eine andere. Muss man erst mal wieder Fahrt aufnehmen. Ey, was soll mich, kacke? Warum treffe ich die Yamato nicht? Der hat das Feuer schnell gelöscht und dann ist nichts mehr bei rumgekommen. Ich finde das lustig, dass ich drei Volltreffer habe. Eine ganze 1.122 Punkte haben die mir gebracht. Yamato brennt. Ich sehe sie nicht mal. Yamato brennt nochmal. Endlich kriege ich Punkte. Und Prügel. Also ich habe vier Abbrecher auf die Yamato gemacht. Yamato brennt ein drittes Mal. Nee, jetzt hat er... Nee, brennt. Was mir gar nicht, wo man hinschießen soll. Ich war am besten auf die Gegner. Meinst du? Gehe nicht nix dafür, wenn ich auf dich schieße. Ach, ich hänge hier am Rand. Schon wieder Abbrecher. Gegner zu dem Kreuzer gesichtet! schon wieder ein abbrecher der mato brennt ich noch mal abbrecher drauf ist eine kohle stadt auf die kronstadt kronstadt brennt du bescheißt auch kronstadt hat gelöscht brennt noch hat ist denn da auf zwölf kilometer habe ich ja nix gesehen wie so schnell zwei abbrecher auf die kronstadt ich kann mir verarscht vor gibt gummi ich will noch nicht wieder ein abbrecher auf die kronstadt und auch da kommen wir noch mehr tops das war's ich bin raus zweite zitadelle gefressen ich lebe noch tops sind ausgefallen problem gelöst amato brennt auf breitseit stehende yamato auf bauten abbrecher schon wieder ein abbrecher leck mich doch am ab jeder kann doch nicht wahr sein toll ich habe die gering getroffen ein ausfall ich hatte hier gerade 6000 über 6000 gedrückt von 35 treffern habe ich zwei ausfälle und 20 abbrecher da kommen schon wieder arsch viele tors die sind von der gering denke ich mal ich habe mich noch was hoch so eine kacke die ist noch nicht mehr lustig steht die kronstadt breitseite abbrecher und feuer hat sie wieder die yamato ich glaube echt langsam die gescheitzehn feuer schön bisher ich klicke in zehn spielen sie ich keine zehn feuer und ich im brand scheiß drauf war und noch ein feuerchen auf die amato auf die rohne auch ein feuerchen gemacht die aber wieder gelöscht hat was soll das sag mal wie machst du so viel feuer ich weiß nicht ich habe zwölf stück ja ich habe die brandfahnen drauf ich habe den brandmeister ich schieße auf die aufbauen abbrecher habe ich und da auf die aufbauten da hinten auf die republik mal gucken was jetzt passiert feuer schön so 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 noch mal hoch heilen 116.000 bisher geile schiff ich bin raus problem gelöst und feuer schön aber der ist tot und feuer schön so 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 und so feuer schön das gegnerische team steht kurz vor dem sieg feuer schön so 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 17 brennen da habe ich gemacht wollte das hören red laut ich habe selber gut auch gebrannt weiter bin ich läuft leider verloren 90.000 darf ich behalten ansonsten alle sind alle mit 143.000 eigentlich ein ganz gutes spiel zwei auszeichnungen gekriegt leider nur verloren tut mir leid beim nächsten mal wird es bestimmt besser aber so wenn es so weiter geht komme ich auch schneller meine torpedos danke fürs zusehen bis dann tschüss